Suchen Sie eine Digital-Spiegel-Reflex-Kamera, eine Kamera, die auf dem neuesten Stand der Technik ist, eine Kamera, die auch in Alltagssituationen hervorragende Bilder liefert? Dann lassen Sie sich im Folgenden von den Qualitäten der neuen Pentax K7 beeindrucken. Beginnen wir mit dem, was diese neue Pentax Kamera von Ihren Klassenkameraden deutlich unterscheidet. Die Pentax K7 ist eine handliche, robuste und wetterfeste SLR-Kamera für Profis und ambitionierte Amateurfotografen. Keine andere vergleichbare Kamera hat allein im Body 77 Dichtungen gegen Staub und Feuchtigkeit. Die Pentax K7 arbeitet auch bei minus 10 Grad Celsius und kann im optionalen Batteriegriff Akkus und gewöhnliche AA-Batterien verwenden. Und mit einem Magnesiumgehäuse um ein Edelstahlchassis ist diese Kamera unvergleichlich gut gegen Stöße geschützt. Und dabei werden die Faktoren Bildqualität und Schnelligkeit in keiner Weise vernachlässigt. Der CMOS-Sensor mit einer Auflösung von 14,6 Millionen Bildpunkten arbeitet mit dem Prime 2 Prozessor für höchstmögliche Qualität und Geschwindigkeit. 5,2 Bilder pro Sekunde Aufnahmezeit und blitzschnelle Bildverarbeitungszeiten machen die K7 zur schnellsten Pentax SLR-Kamera. Die Messung der Belichtungszeit erfolgt hochpräzise mit bis zu 77 Messfeldern. Mit der Dynamic Range Funktion können Sie den Lichtwertumfang Ihrer Bilder erhöhen und mit dem eingebauten Shake Reduction gelingen auch Fotos bei Dämmerung oder in Innenräumen. Und darüber hinaus können Sie innerhalb der Kamera aus drei Motiven einer Belichtungsreihe mit einer Sonderfunktion HDR-Bilder entwickeln, ohne ein externes Bildverarbeitungsprogramm. Falls Sie aber diesen oder vielen anderen Helfern nicht die Qualität Ihrer Bilder alleine anvertrauen wollen, bei der Pentax K7 liegt direkt am Objektiv ein kleiner Knopf, der direkt die Umschaltung auf das RAW-Format ermöglicht, ohne vorher ins Menü gehen zu müssen. So können Sie von Motiv zu Motiv entscheiden, in welchem Format Ihre Dateien gespeichert werden sollen. DNG-RAW, JPEG oder beides gleichzeitig. Durch diesen direkten Weg sparen Sie Speicherplatz und später Arbeitszeit. Das Zusammenspiel von Sensor-Prozessor, hervorragender Bildverarbeitung und einer perfekten Bedienbarkeit der Kamera machen die Pentax K7 zu einem präzisen Werkzeug für Ihre Kreativität. Dazu gehört auch eine sensible Kontrollmöglichkeit für Ihre Bilder. Der Monitor der Pentax K7 ist mit 3 Zoll Größe und einer Auflösung von 920.000 Bildpunkten derzeit der beste Monitor, der in Profi-Kleinbildkameras eingebaut wird. Er ermöglicht neben der Kontrolle nach der Aufnahme auch ein leichtes Arbeiten mit Live View. Und im Notfall ersetzt er bei der Nachbearbeitung den Computermonitor. Denn viele Möglichkeiten der Bildverarbeitung stecken schon direkt in der Kamera. Neben diversen Filtern auch Funktionen für Ausschnitt, Farb-, Schärfe-, Kontrastkorrektur und viele andere Werkzeuge, die manchmal auf die Schnelle ohne Rechnerhilfe erledigt werden müssen. Durch die heute immer leistungsfähigere Prozessortechnik wird die Bildqualität von Digitalkameras immer besser. Über den Vergleich mit analogen Filmen spricht daher kaum noch jemand. Diese verbesserte Technik schafft aber auch eine ganz neue Dimension in der SLR-Technologie. Mit der Pentax K7 können Sie auch digitale Videos herstellen. Bis zu 25 Minuten Szenenlänge bei einer Auflösung im HD-Format. Dass die Kamera auch viele kleinere Formate beherrscht, versteht sich von selbst. Damit die Kamera aber Ihrem Anspruch als robustes Offroad-Werkzeug gerecht wird, müssen wir hier auch noch Folgendes erwähnen. Falls beim Objektivwechsel Staub in das Innere der Kamera gelangt, kann man diesen nicht nur durch den Dust Alert sichtbar machen, sondern auch per Ultraschallreinigung beseitigen. Oder die Fokuskorrektur eines Objektivs muss vor Ort vorgenommen werden. Dies beides sind keine Probleme mehr, die Sie, wie bisher, einem Servicetechniker überlassen müssen. In der Pentax K7 gibt es für solche Schwierigkeiten Funktionen, die Sie selbst unterwegs ausführen können, damit Ihre Kamera stets einsatzbereit bleibt. Und zum Schluss noch eine kleine, aber sehr wirksame Anzeige. Im Sucher auf dem Display und auf dem Monitor können Sie sich eine elektronische Wasserwaage einblenden lassen. So brauchen Sie nicht mehr nachträglich am Computer die Bilder zurechtrücken. Das kommt der Bildqualität deutlich zugute. Die Pentax K7 ist eine Kamera für den harten Alltag von Profis und für anspruchsvolle Aufgaben wie Sport, Reise und andere Offroad-Fotografie. Ansprüche, die Ihnen die Möglichkeit geben, die Kamera immer dabei zu haben und so keine wichtigen Situationen zu verpassen. Und daher ist die Pentax K7 eine Kamera für überall Fotografie für jeden, der gute Bilder machen will.